Ich habe unsere führungsmalers. So, toll. Ich muss die noch kurz einschalten. Oh, sehr schön. So, sehr praktisch. Ich werde die Tier in der Art, dass sie hier expansieren. Jetzt gehen wir schon wieder Leute. Narri. Ah, da sind wir beide Wege zum Laufen hier. Habe ich einen Anspruch? Da noch nicht. Identität ist eben aus, dann wäre. Ja, da sind wir schon wieder. Und jetzt machen wir schon wieder. Und jetzt machen wir schon wieder. aber nicht gut und das Stapotne Kohlah, hier ist noch nicht Bisschen die Zeit beschleunigen hier. Ich habe das Verrsch. Ich habe das Verrsch. das schlau kann man einfach machen Jetzt mal trainieren, wir sind ganz schön im Krieg da unten, was macht England so gegen die Bütze im Schockland. Ne, Start! Hmm, das ist wirklich toll. Ne, das ist jetzt nicht mehr. Manch war auf Nawa, sehr schön. Oh, Damsig ist frei. Ne, das ist ja nicht mehr. 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 Ne. Ne, das Ist ja nicht mehr. Ne, da haben wir was So, jetzt habe ich mir das da ein bisschen gesichert. Deutsche Ordnung ist mit denen Machtgewinde, die jenische Ordnung Magnum Board. Diese Szene. Diese Szene. Und diese Szene. Mehr will ich doch gar nicht. Ich könnte echt eine Loyalität verbrauchen. Das kostet mich jetzt ein, dass ich gerade einen Schnellenrittel aufnehme. Ja gut. Ähm. Jaja. Einsprüche. Da noch einer. Geht nicht. Zu wenig. Auf Moskau. Auf Moskau. Anbruch. Mehr als wir auf jeden Fall. Mehr Städte. Schnellenrittel. 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 Und jetzt hier unten gewöhnen. Oh. Da hat jemand Frieden gekriegt. Und das sieht nicht sehr gut aus. Ich kann die Unabhängigkeit von Lipton unterstützen. Das ist ja tatsächlich interessant. Perfekt. Dann kann ich den Nachbarn wohl wünschen. Da kann man noch einen Anspruch machen. Ich kann die Unabhängigkeit von Bogen setzen. Und heute wieder 1v raus So, dann haben wir unsere ganzen Dagegen so gezahlt Ansprüche, Ansprüche Dann haben wir auch noch 1 So, wie schauts aus, gehen wir mal bis 14.70 Ah, voll annektiert Wenn ich jetzt Knuffgott freilasse Warte mal, Moment, was ist denn hier? Gibt mir 7, wo bin ich denn da? Boah Hm, 1609 Warte mal, Moment Sechs, ich weiß nicht, was schieb Ich weiß nicht, was schieb Das muss sich ändern, geht nicht wegen orthodox. Nostraum. 50. Das ist... Auf Blasper kenne ich mal. Zunehmach Ansprüche nach oben zu lassen Hier Wieder nicht schlecht Ich hoffe es reicht erstmal An Ansprüchen Dann Mission Gucken wir mal wie es 25 ist Ne, da muss man nochmal einen Kriegkessel her Das Krieg ist kein Krieg Minus 20 Kann man die irgendwie Wasser lisieren? Eher nicht Jetzt dann haben sie aus Ich hoffe es ist Ich hoffe es ist Ich hoffe es ist Ja, machen wir dann bald Schluss. Da habe ich dann 2 Stunden. 15 Minuten oder so, 10 Minuten. Äh... Mächtige Art, wie geht der? Die scheiß Art irgendwie, ey, die sind echt gut. Der Missionar läuft auch da oben. Hier kriegt ihn die blaue Horde ab hier. Mehr wieder Beziehung verbessern. Wachsen jetzt nicht langsam, wenn wir mal ein bisschen einwenden. Ja, so schön. Schaut es da mit aus. Da mal ein bisschen, ha? 651, was ist das? Denk ich doch lieber da rein, ha? Ah... Nicht ganz gleich. Kilarus verlor die Sante Rolle. Verlässliche Gebündete. Kilarus möchte noch was. Wir können den mal... Klasse, glaube ich. Kilarus ist gestorben. Kilarus ist gestorben. Obwohl ich... ...und die Zahl ist jetzt mal laufen lassen. Endlich wieder ein Fluss. Bis jetzt? Da ist wohl jemand gestorben. Staatsehe, Moment. Handelshafen. Gut, ist recht. Ah, kommt er schon. Äh, ich brauche irgendwie einzelne Möden. Ach, Polen kämpft schon wieder gegen. Durch Orden. Und verliert, offenbar. Na, die nicht mitmachen. Sehr schön. Superfelderes. Hier noch ein Bündnis. Dafür. Hier noch ein Werder. Abrufen. Jetzt kommt er mal so. Ja. 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 Das ist toll Ah, man eh Neue Gemeinschaft Wie habe ich es in anderen Macht in Karl? Ne Oh, verdammt Moskau für den Passanten Moskau ist ein Stärker von 22 Lustige an diesen Yasalmen Stehen den Kriegerkirchen keiner mit Das ist schlecht Geht mit Dänema 74 Scheiße Ah, ist gerade zu Ende Sehr schön Geht es Orden-Gesling nicht mit machen darf? Hm Ist die Lampkürig? Auch nicht Gieß dann Deutsch-Oden-Holstein Hm Gucken Ah, gut, ich schmeiße jetzt noch Schlüsseholtz Ähm Gucken Ob ich da irgendwie hüsten kann Und es longtemps Mö дел diese zusammen Kein Wunder O Kmentar Jo Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. Anstehen wir noch? Oh. Die Kiebs. Nein. Das ist gut aus. Aaaah Toast Das ist doch Jesss Bliivei verskreckt An lot bugradem gländer Slorderien Konche pindel Et du Das ist doch 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 Vem uns Pocos Na gut, dann mache ich jetzt Schluss hier. Mal gucken, wann dieses Nismas sehen, das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist der Schluss, auf Wiedersehen, dann nur fürs Zuschauen. Bis bald.